Zahl der Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt. Angesichts neuer Infektionsfälle in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz richtete die Bundesregierung einen Krisenstab ein. In NRW werden 300 Teilnehmer einer Karnevalssitzung gesucht, an der auch 2 schwer Erkrankte aus dem Kreis Heinsberg teilgenommen hatten. Trump sieht geringes Coronavirus-Risiko für die USA. Der US-Präsident sagte, sein Land sei gut vorbereitet. So seien bereits Einreisebeschränkungen in Kraft, die bei Bedarf auch auf weitere Länder wie etwa Italien oder Südkorea ausgeweitet werden könnten. Maß wirbt für Abrüstung. Vor dem UN-Sicherheitsrat erklärte der deutsche Außenminister, Ziel müsse weiterhin eine Welt ohne Atomwaffen sein. Staaten wie die USA, Russland und China sind gerade dabei, ihr Atomwaffenarsenal zu modernisieren. Tote bei Schüssen in US-Brauerei. In der Stadt Milwaukee tötete ein Mann 5 Menschen und anschließend sich selbst. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Überschwemmungen in Großbritannien. Im Westen Englands haben die provisorischen Flutschutzwände dem Fluss Seven nicht mehr standgehalten. Mehrerortschaften mussten evakuiert werden. Besonders England und Wales leiden seit fast 2 Wochen unter den Folgen heftiger Regenfälle. Das Wetter heute nach Osten und Nordosten hin, neben örtlichen Schauern etwas Sonne. Vom Westen und Südwesten bis in die Mitte kräftige Schnee und Regenfälle. Im Südwesten später stürmisch. Höchstwerte 0 bis 9 Grad. Vom Westen Herabend Herabend Das Wetter Herabend Vielen Dank.